Oh, ein Quiz. Ach ja, schön. Da kann man natürlich auch ein bisschen Geld gewinnen. Oh, meine Wusse. Scheiße. Oh nein, das ist jetzt... Das ist mir jetzt peinlich. Oh je, oh je. Oh Mann, oh Mann. Ist ziemlich lange gefahren bis jetzt. Solche Leute wie ihn müsste man eigentlich auf dem ganzen Server antreffen. Weil German Roleplay ist sowas, was er macht. Er fragt nicht, ob er Roleplay spielen darf oder soll. Er tut's einfach. Weil es gibt auch Leute, die fragen danach oder die verhalten sich einfach nicht so. Und was ich an ihm mag, er macht's einfach. Und... Ja. Ja, coole Sau ist es nicht. Ähm, ja und das gefällt mir an ihm einfach so. Und er ist auch von der Persönlichkeit her ein extrem netter Mensch. Und ich habe sehr gerne mit ihm zusammengearbeitet. Damals noch in der Regierung. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh Mann. Oh je. Hilfe. Ach, er hat... Ach, er hat auf... verdammt. 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 Ach scheiße. Ich habe gerade... Oh nein. Jetzt habe ich einen... Oh. Jetzt habe ich ihm zur Flucht verholfen. Oh nein. Hilf mir. Oh nein. Oh nein. Mein Taxi ist weg. Ich muss mal ganz kurz... Ich muss mal ganz kurz mit ihm verhandeln. Oh Mann ey. Oh Mann, das finde ich jetzt doof, dass mein Taxi weg ist. Los. Oh Mann. Oh Mann. Ach, Mensch du. Jetzt muss ich, jetzt werde ich mitgenommen, jetzt muss ich eine Aussage tätigen. Soll ich einsteigen? Ich frau heute mal kurz sowas, ich glaub das kann nachher so ein bisschen Probleme geben. Ich muss dir mal kurz was sagen, das was ich ihm jetzt schreibe, das ist ähm... Out of character also nicht relevant fürs Spiel. Oh Mann, oh Mann. Der Herr Walker, der will glaub ich nicht raus. Oh, schön das, äh, SFPD mal wieder zu sehen, weil ich auch lange nehme, oder? Zuletzt als Anwalt. Jetzt geht's zum Processing, also zum Verhören sozusagen. Kommt der? Nee. Oh. Jetzt schreibt man hier schon durchs Polizeirevier die Namen der Kollegen. Da ist er. Oh. 5 mal 5 minus 10 mal 10. Uiuiui. 25, 15, 150. Was? Ja doch klar, 150. Ich werde mich mal hinsetzen. Ich werde mich mal hinsetzen. Ah. Der Bürgermeister war ja nicht. Er war... Dick. Also ich habe mal auf meinem alten Account mit ihm... Ah. Nein. Also ich hatte ihn, äh, mit meinem alten Account, früher habe ich viel gespielt mit ihm und so und, ähm, er war damals, was war er damals? Vizepräsident oder Außenminister oder irgendwas in der Erde. Auf jeden Fall einen höheren Rang hatte, ja? Ah. Und... Oh. Ähm, so und dann hatte... Er hatte halt einen höheren Posten und dann habe ich mit ihm so ein bisschen gespielt und wir haben uns relativ gut verstanden und unterhalten und alles und ich glaube er hat den Account immer noch, oder? Moment, ähm. Ups. Äh, nein. Hat er sich noch einen Account gemacht. Ups. So. Ähm. Ja, mal sehen. Ich hoffe, das nimmt für uns beide ein gutes Ende. Pff. 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 Oh man, jetzt hat er uns. Heute ist Sonntags. Heute ist Sonntags. Oh man, oh. Ich verstrecke mich gerade in ein paar Lügen, glaube ich. Oh man, oh man. Oh man, oh man, oh man. Wundervoll. 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 Wahrscheinlich wollen die noch mal eine genauere Aussage von uns haben oder so. Oh nein, jetzt kommt mein Kollege. Mein ehemaliger Kollege. Mein ehemaliger Kollege. Wundervoll. Ich will mich noch mit dem Taxifahrer unterhalten. Achso, jetzt bin ich also nicht mehr der Chambers, sondern der Taxifahrer. Oh man. Was ist denn jetzt noch? Wundervoll. 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 Wo geht's hier raus hier? Nein. So, ich muss dann mal eben die Aufnahme beenden, weil ich hab noch richtigeres zu tun als und dann bis dann. Wundervoll. Wundervoll. Wundervoll.